Never in the field of human conflict was so much old, by so many, to so few. Eine Masse kennt jeder, aber eine Anselm, da wird es schon eng. Wir fliegen heute einen ganz normalen Übungsflug mit drei Maschinen. Wir landen auf fünf oder sechs Flugplätzen und fliegen mal etwas höher dabei. Der Ort des Geschehens sind die Orcas oder auch besser bekannt St. Johanninsel. Wir starten von Corsos. Dramatische Präsenz bis zum nächsten Mal. 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 Halifax, wir sind auf Airborne. Und der erste Destination ist Bellingham. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alte Zeiten, harte Zeiten. Für die Menschen zumindest damals, weg der Erinnerung. Seidenwechsel aus der Kette machen wir einen V. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.